So, wir sind nun endlich wieder am Camp angekommen. 41 Dollar in der Lagerkasse, das ist natürlich nicht besonders viel. Wen haben wir denn hier? Lord, bitte, end it. Speak! Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all he is. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I've just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do? Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas on. Okay, okay, listen, I know where old Driscoll is holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. Oh, I'll take you there. Serious. I don't like him. I mean, I like him even less than I like you. No offense. Oh, none? Take him. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there? Right now. I got this Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Nein! Ich will dich aber von einem ins andere stolpern. Ich will die Sachen auf mein Pferd tun. Das ist ein tolles Pferd, ja. Sure. You'll pay your buddies our respect. You taking us to Colt? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more direction. Scheiße. Hallo? Nein? Geht das noch? Wenn ich nach links drücke? Geh runter hier. What are you doing? Ich versuche, mein Pferd gerade im Kreis zu führen, aber das Pferd möchte nicht. Okay, wenn ich nach rechts gehe, geht das Pferd nach links. Das muss ich jetzt nicht verstehen, aber ist in Ordnung. So, können wir dann endlich losreiten hier? Jungs? Kommt ihr mit? Sharon's saddle with an old Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? Ach, das ist meine alte Markierung, oder? Moment. Ah, das verwirrt mich hier total. Okay. Okay. Ich will auch so ein Pferd haben wie der eine. Ich rieche mich wie ein Pferd. Das ist richtig. Boy, bist du hoch. Morgan! Du hast die Knife in deinem Kabel. Dud hat gesagt, dass du... Ich habe mich gefragt, dass sie zu geben. Und ich mache dir die größte, dass ich dir darüber erzählen. Nächste Zeit, du willst mir etwas geben, wie solltest du es mir geben? Instead, du es schüttest in einem Ort, wöchst, die Möglichkeit kommt, um es zu erzählen. Morgan, das letzte Todesfache werde ich dir. Hey, hey, wenn ich meine Beherrungen habe, ist es hier. Ja, ich weiß das Land. Ich nehme diese Reise durch die Räume. Bezichtig, Morgan. Wie hältst du, John? Fine. Es ist noch nicht richtig, aber ich bin gut. You're damn well should be after all that bed rest. Hey, alright. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, and hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so. Aber ich habe Angst, dass du nicht wie zu helfen kannst, außer in dir selbst. Du siehst, O'Driskel? Wenn das so er sich mit seinen Freunden behandelt, imagine was er zu tun ist. Ich habe ein Geheimnis, was du alle tun mit deinen Feinden tunst, wenn du diese Geldingtons in meine Parts gelegt hast. Well, du hast noch diese Geldingtons? Ich habe ein Knife. Es wird nicht so clean, aber es wird die Arbeit machen. Wenn wir nach links gehen, Rott wird uns um und um. Das sind die Hälte. Gehen für sie. Schrauben die Hälte, wir müssen uns aufstehen, Leute. Du weißt, ihr alle nicht so unterschiedlich von den O'Driskels. Was hast du gerade gesagt? Ich habe dich all diese Woche gesehen, und, äh... Du hast dich in einen Baum. Du wirst nichts wissen über dieses Spiel. Ja, ich würde sagen, du wirst nicht viel über die O'Driskels wissen. Aber vielleicht weiß ich mehr über dich als du wissen über sie. Und ich weiß alles über sie, also... Fähig uns dann, wie sind wir die mongrelen Tiere wie sie? Du bist wie sie, du bist wie sie, du bist wie sie. Du bist so schwer. Du bist so schwer. Du bist so schwer. Kriegst die Wahrheit. Natur. Du bist für dich selbst. Verste? Das ist weshalb du bist in O'Driskel, O'Driskel. Du bist so zu leben. Wir sind so zu leben. Wir sind so zu leben. Freie. Colum ist ein einzigartierter und ein zerstörer. Dutch ist... Dutch ist eher wie ein Lehrer. Von woher ich bin, du bist nur das gleiche als alles. Du bist so, aber du hast nicht gesehen. John! Shut that boy up! Enough out of you! Boys! We're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driskel's hair, we can end years of fighting. Here and now. Okay, now cut. Left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. Settle this like we know how, okay? Okay by me. With you, Morgan. All right, Bill. Through the trees here. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Bele leise Waffen wie Bögen oder Wurfmesser für geräuschlose Angriffe, okay? Nehmen wir mal den Bogen, mit dem ich so überhaupt nicht umgehen kann. Aber okay, äh... Follow me, all right? It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you lose your balls first. Jesus Christ. Hey. There, there. You see? Oh, god. Wie soll ich denn mit dem Bogen so weit schießen? Oh, let me think. The fellow that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No. We ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell them yourself. Yeah, yeah, yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on. Shake it off. Shh. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. He's yours, Williamson. Okay. I got him. We're here. We don't need nothing else from you. okay. Das hast du super gemacht. Soll ich jetzt auch was machen? Welche Taste muss ich denn dann drücken? Ja, es wäre ja schön, wenn ich wenigstens zielen könnte. Boah, bewege dich! Geh doch, wo sind die anderen? Boah, zeigt euch! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Leute, ich sehe nicht, wo sie schießen! Ah! Da hinten lief noch einer. Ich weiß nicht, ob ich sowas schießen kann. Hm? Äh... Hä? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ich hab die doch jetzt geschlagen! Hm? Wollt ihr mich jetzt? Was? Oh, du Blutmann! Es ist Zeit, zu Ende. Geh ab, O'Driskels. Wir haben dich verletzt. Was sind Sie jetzt in der Wood? Sie wissen, dass ich Sie hier verletzt. Geh weg von mir. Geh weg, wenn Sie wissen, was gut für Sie. Keine von ihnen raus. Out of here Some fellas coming back in the camp Watch out He weren't lyin' that little toad Come at me, you Irish bastards We've got some oil There, enter the clearing This is quite a night out You stay here, you're dead, man We caught him on the drink What are you doing? That's it They're turning tail Leave him Combs still here He said he'd be hiding in the cabin I'm going to check him Search out here Make sure we ain't missed anything Give me some of that Irish gold What do you hold in, O'Crystal? Yeah, put your passion in here Ich kann nicht noch mehr von dem Gegenstand tragen, okay Kokain-Kaugummi Ja, wer kennt nicht alles das gute, alte Kokain-Kaugummi, ne? Ey, den wollte ich plündern Gibt's hier auch einen Eingang? Hast du gedacht, oder? You all right? Sure, thank you Como Driscoll He ain't here You've set us up Come here What? You set us up No, I didn't You did? Como Driscoll ain't here He was here, I swear If I was setting you up, I wouldn't have saved your life It's a good point, Arthur All right, then, go on Get out of here Eh? I won't kill you I didn't set you up You lost Shit, lost I'm letting you run away Now go on, get out of here That's as good as killing me Out there Without you Como Driscoll's gonna lose his mind about this So? So I'm one of you now Give me a break All right, then But I'm warning you Oh, hey, I know Come on, let's get to camp So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash In the chimney I'll check it Rest of you boys, get the camp, quick See, Arthur? Yeah, I ain't so bad Hey, Bill You tell Dutch old Karen ain't worth killing Just yet Yeah, right you are Okay, da haben wir mal wieder ein paar Sachen, die wir mitnehmen können Das ist doch schon mal schön Ah, okay Ich könnte die Flinte mitnehmen, so wie es aussieht Aber ich müsste dann meine aus Pferd tun, wenn ich das jetzt richtig verstehe Okay, ciao So, ciao So, sehr schön. Ist noch mal viel mehr gefunden hier. Wo ist denn mein Pferd? Pferd? Ich kann dich doch irgendwie rufen, oder? Ich weiß noch nicht mehr wie. Mist. Die Pferde waren ganz oben, ne? Wo stehen die denn jetzt? Naja, komm. Ich guck mal eben wegen dem Kamin. Ich kann dann ja zur Not immer noch wieder kommen. Geh ich mal von aus. Ja, und nun? Ja, und jetzt? Achso, benutze... Und nun? Um sie zu warten. Okay. Okay. Ich suche den Kamin. Ja, aber wie? Ach, da muss ich denn nebenstehen? Gerade ging's doch. Ich möchte aber meine auch wieder nehmen. Da kann ich immer nur meine weg tun. Ist doch scheiße. Schaden etwas über zwei. Reichweite zweieinhalb. Drei, drei, drei. Zweieinhalb. Die Reichweite ist halt nicht so hoch bei dir. Hm. Dann will ich meine wieder haben. Dann will ich meine wieder haben. Wo sind denn jetzt die Pferde? Kann ich denen noch? Leute? Ja, wie Verbrechen gemeldet. Hallo? Wo seid ihr denn jetzt, Jungs? Dein Pferd. Ist nicht dein Ernst jetzt. In der Richtung. Okay. Ich hab vergessen, wie man's rufen kann. Das ist natürlich blöd. Jetzt muss ich... Hä? Wieso schickt der mich erst raus? Okay, ich will denen jetzt erstmal nicht begegnen. Weil dieses Gesuch da oben noch steht. Jetzt nicht mehr. Pferdchen. Wo bist du? Bist du nicht mein Pferd? Du bist doch mein Pferd. Die sucht mich jetzt aber nicht hier, oder so, ne? Okay, äh... Ja, keine Ahnung. Anscheinend kann ich wohl nur ein Schruttgewehr mit mir mitführen. Das ist ein bisschen blöd, aber okay. Fliehen oder folgen. Okay. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wo ich hin muss, Leute. Der ist rot angezeichnet. Hier ist das Lager. Ich denke mal, dass ich wieder zurück soll. Aber... Ich weiß es halt eben nicht. Also ich würde sagen, dass ich jetzt wieder komplett zum Lager zurück reite. Und dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalten werde, sobald ich am Lager angekommen bin. Okay. Wie. Ja. Vielen Dank.